Wir haben nicht mehr viele Tage, die wir gemeinsam verbringen können vor unserer Heim-EM im kommenden Januar. Wir haben natürlich jetzt auch wieder zwei große Gegner mit Schweden und Spanien vor der Brust. Wir haben den Eurocup bisher noch nicht erfolgreich gestalten können. Das heißt, wir haben natürlich auch eine ganz, ganz große Leidenschaft, jetzt endlich auch mal Punkte einzufahren. Das Ganze zu verbinden mit der Integration von neuen Spielern oder auch von Rückkehrern wie Timo Kastening, ist sicherlich eine große Aufgabe. Aber ich möchte mich nicht davon freisprechen, auch eine Begeisterung für zwei oder einen Sieg erstmal wieder zu entfachen. Ja, wir haben jetzt über längere Monate es geschafft, dass wir einen harten Kern auch irgendwo eingespielt haben. Wir haben jetzt eine gewisse Stabilität auch während der WM erlangt, wo wir, glaube ich, gerade im Angriff sehr gute Phasen gehabt haben. In der Abwehr müssen wir immer noch weiter forschen und gucken, wie wir die richtige Konstellation zusammenstellen können, auch die besten Abwehrformationen auch präsentieren können. Und da haben wir jetzt noch mal ein paar neue dazubekommen, junge Leute, die sicherlich auch sich über mehrere Monate jetzt schon Woche für Woche in starken Mannschaften auch platzieren. Und deswegen, glaube ich, ist die Nominierung auch durchaus rechtfertigt. Alles Gute Dave Dich Vielen Dank.